Hallo, ich bin Juli und heute gibt es noch ein Video und heute spielen wir beim Simulator mit meinem Bruder. Hallo! Ihr könnt ihn abonnieren. Er heisst dir, am... und dann der Unterstich, also der... der LOL... und dann noch die Channel. Ihr müsst ihn abonnieren. Also, es ist... Schau, ich habe hier zwei Löwebienen. Ja, so... Jetzt habe ich einfach zwei Löwebienen. Und ich... Also, ich habe meinen Tisch und vier liegen und halt da... So, ja, recht okay. Also, ich sperre jetzt auf den nächsten Platz, weil... wir könnten etwas kriegen. Also... Gott, da sind noch fünf Jingles. Ja, kauft das, kauft dir das. Ich meine, da ist 20, das will ich nicht verbrauchen. Ja, ich habe... Ja, ich habe... Ja, es ist halt für mich jetzt mega schwer. Also, ich habe jetzt 15. Und so... Wie sagst du so viel? Hm? Wie, wie ich so viel habe? Ich habe halt die ganze... bei Mutterbär das da hingeholt. Also, bitte schauen das Ende. Bitte, bitte schauen es. Also, in 15 Minuten kann ich im Fall auch wieder die Jingle Bells kriegen. Was? Wieso? Weisst du, ich habe bei Mutterbär, wenn man... Ja, die Jingle Bells macht... Also, die Weihnachtsquests kann man da die ganze Zeit so über eine Stunde holen. Also, aber du musst Playstimen, also du musst spielen. Also, du kannst auch... Also, du kannst auch... Ich habe jetzt den Ball. So. Ich habe den Ball. Ähm... Soll ich den Goldeig kaufen? Der Jingle Bells? Der Jingle Bells, du hast sicher, dass der Goldeig, wenn du wieder... Wenn du wieder ein bisschen kriegst. Ich habe noch ein Blöbelin. Kannst du noch eine Kohl machen? Noch eine Kohl machen? Warte, ich muss schnell den Ding. Namm, 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 namm. Das ist halt mega Opinion, wie ich mich auf den Baum machen. Wichtig. Bitte holen. Boah, ich habe fast 6. Ich habe den Ball. Okay. Also, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ähm, wo ist der 6. Geschenk Gesundheit? Ja, danke. Wo ist das Geschenk, ähm, ähm, 6. Geschenk? Ihr müsst es in den Kommentaren, bitte. Bitte in die Kommentare schreiben. Weil sie werden mega wichtig. Ich habe jetzt bei der Mutter auch recht viele Tickets. Aber ich habe gesagt, 1, 2, so. Und später wird es 3. Ja. Eier. Und dann bekommt man den auch am Starschen. Ja, ja. Oder Staräck oder so. Oder sowas. Ja. Mühe geben kann man so sagen. Doch, hat es voll keine Lust gemacht. Ja, jetzt halt schon, ja. Weil jetzt ist so ein Event und so. Jetzt kann man noch etwas reisen. Schau mal in den Job. Jetzt kann man sich ein Goldeneck, Diamante. Also, ich habe mir schon Goldeneck gekauft. Mütisch auch da mal. Ja, das auch noch. Also, mega heftig. Aber schaut, das finde ich jetzt komisch. Wir können auch 500 Jingle-Welt kriegen. Und 10.000, äh, wie heisst das nochmal? Äh, ich muss jetzt kurz schnell nachschauen. Ähm, Snowfalke. Wie kann man? 10.000 Snowfalke. Ha. 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 Und ihr, warte, ich muss noch etwas sagen. Also, ähm, ihr nochmal. Ich weiß auch nicht, es ist ja bei mir ein mega Bug. Ich habe nie ein... Irgendwas, wie YouTube oder so, hat irgendwie ein Video verhelfen gelegt. Irgendwas, aber das ist ja auch egal. Das ist nicht so schlimm, ein Video. Das ist ja nur bei einem Swarm. Ja. Mega komisch, das finde ich die, ich sehe 100% nicht ein. Kannst du euch sagen? Das würde ich ja nicht sagen. Also, bitte liken oder abonnieren. Du bist ja noch ziemlich OP schon. Ja. Du kannst jetzt dann bald gegen, äh, den Königskäfer. Äh, wie je... Wie je... Wie jedem, wie jedem, wenn nicht... Äh, wie jedem... Also... Ja, bei jedem Video, wo ich bin, das war im Simulator. Ich sage, ich gehe einfach roten. Ähm, was der Code ist. Also, der erste Code wäre dann... Also, ganz einfach. Wachs. Und den könnt ihr einfach mal schauen. So, ja. Den habe ich halt schon gemacht. Wachs ist richtig. Und ihr müsst... Ihr müsst mich nur liken und abonnieren, dass ihr auch mehr seht. Und den könnt ihr das auch kriegen. Also... Gut. Also, ich kann... Okay. Kann mir dann bald nächstes Ding kaufen, also... Also... Schreibt mir noch in die Kommentare, was würdet ihr jetzt machen. Also, ihr würdet ihr jetzt die Reinteput? Also, die Biene? Oder wenn ihr Bärbiene? Also, das... Das werden wir eben auch noch sehen. Die sind jetzt die Reinteput. Schau dir auf. Ja, ja. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin auch fast buffig, so. Ich habe die Oberbürgermeister. Ich habe die Oberbürgermeister. Ich habe die Oberbürgermeister. Ich habe keine Böse dafür, oder? Ja, gold, dann kann ich auch schon. Ich bin auch ein Böse. Hier ist ein Böse. Also, da kommt ihr rein. Fransbiene! Nein, Fransbiene ist nicht... Im Speed ist sie halt mega schlecht. Speed-meh. Und so mittelgut damage. Aber ich bin halt eh Pisch. Ich muss noch die Biene. Ich will... Ich will... Ich will... So ein Mädchen. So... Soll ich... Kann ich auch noch eine... Wurde und ein bisschen Biene? Schon... Ich habe nicht... Ich könnte mir jetzt noch eine Biene kaufen. Aber ich kaufe mir auf den Platz. Weil vielleicht können wir ein bisschen kriegen. Also... Vielleicht wäre es noch oben oder so. Kann ich ja da leider sehen. Aber wir haben sonst ein paar. Und ich kann ja... Ich kann ja immer jemanden weg leisten. Also ja... Kuppelbiene... Kuppelbiene... Ich bin ein bisschen ruhig. Kuppelbiene... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist eine gute Biene. Zeig mal... Äh... Ja, das ist eine gute Biene. Kuppelbiene oder 10 Euro. Ich habe keine Rare mehr. Ich fahre jetzt mal... Ich fahre jetzt mal... Ich fahre jetzt mal... Ein Kommen... Der ist neu... Ich habe jetzt eine Biene. 14 Euro... Okay, noch eine Biene, noch eine Biene. Das kannst du dir bald holen. Kippelbiene oder so weiter... Wenn du... Fahre jetzt nicht mal... Du kannst nicht mehr machen... Kippelbiene oder so weiter... Videos schauen, aber im anderen Kanal bin ich 25 gesteckt, so, ich hoffe, dass ihr eine Videobeschreibung habt, ihr könnt auch nicht, ihn abonnieren oder liken oder immer einfach seine Videos ansehen, jetzt bin ich mega schnell wieder, ich bin nur noch hier. Du musst dorthin gehen, das ist nicht mega OP, wenn da kriegst du mega schnell Poller und so, geh jetzt hin, zu deinen OP Staff, wenn einfach so wie ein Schutzschild rundherum ist, dass ich mega OP, aber ich geh nicht da hin, ich mach's auch nicht, was für Material oder so. Kann man auch Windbühne kaufen? Windbühne? Hätten wir, hätten wir, können wir kaufen, jetzt haben wir nicht mehr. Der Game Pass, ähm. Wo man voll viel Polish wird. Ja, siehst du, vorne bin ich auch mal da drauf gekommen. Das ist mega heftig, dass der wieder kohlen ist. Ja. Ich weiß einfach, was man sieht, wie wir machen. Okay, geh mal drauf, mal schauen, wie schnell ich bin. Ja, so normal halt. Weisch, ich bin halt... Ja, und wenn man da Pflanze dort unten... Was habe ich da gepflanzt? Ich weiß Gott, wenn man da... Ach, ich könnte die mit der Pflanze kaufen. Du kannst die Pflanze mal fahren, oder? Ja. Ich habe jetzt den Eber. Weißt du immer wie einen Bienen Cloud kriegt oder? Nee, nee, kann man nicht. J Jetzt ist er weg. Der hat einen Virusflug. Nein, das ist der. Wer ist der nochmal? Wer? Der macht, glaube ich, die Virusdinge, wo er, glaube ich, rufst. Der heißt, ah nein, den Peppert. Der heißt. Wer heißt der? Der ist, glaube ich, Fusibi, wo der Virusdinge macht. Glaube ich. Nein, Fusibi, Fusibi. Der macht, glaube ich, der, ähm, der macht sehr viel Geld. Ja, der macht, ich komme mal, ich habe einen, ich habe einen Schuh. Ja, hast du alles auf Englisch? Der kann nicht. Ja, kannst du schon machen. Wir sind jetzt schon fast 10 Minuten live hier. Also nicht live, wir machen jetzt schon 10 Minuten für das Video. Komm mal, Alter. Von was? Oh nein, genau, Snowfalke. Genau, genau so blöden Fall. Genau, blöden Fall. Bamm, Alter, ich habe jetzt über 7 Millionen ausgegeben für das. So viel Platz. Jetzt kann ich mir Robina und so kaufen. Nein, warte. Wenn wir jetzt würden Robux kriegen, ja, schon noch hätte ich. Ja, ich würde lieber so sparen für Piss und da auch nicht was, sind genau was. Also, wir kriegen nicht schon bald Robux, aber ich kann es auch nicht versprechen. Also, bitte schreib mir schnell in die Kommentare, was wir kaufen können. Also, das oder da können wir auch 50 Jingle Bells. Oder halt Bärbeine. Oh. Äh, mit der Biene, schau. Oh. Man kriegt Biene. Ja, ist schon noch ein Heftiger. Also, die kann man etwa, über etwa zwei Gämmereien. Nein, man, weisst du, im Shop, im Shop, im Shop, kann man es nur einmal kaufen. Was? Ja. Oh? Kann man es nur einmal kaufen. Schau, wegen dem habe ich auch nur Goldei. Schau, wegen dem. Ich kann nur Goldei kaufen. Du sollst direkt, weisst du, wie viele Goldeien ich gekauft hätte? Ich hätte ab nochmal viele Goldeien gekauft. Das war egal. Aber Schole kann man, glaube ich, ein paar Mal palen. Ich glaube, solche Sachen, und das war noch mal Schale kaufen. Schau, ich spreche mal, Schole kann man auch noch einmal kaufen. Okay. isser, ich brauche schon lange von der Crystal! Als ob ich mir nochmal vielibiue zeigen type und denke ich es auch. Weil ich gebe jetzt fast 50 Schole aus wahrscheinlich. Ich habe das Ding leer. Ich glaube, nachher darfst du ein Ding kaufen. Dann darfst du nicht ein Ticket rausgeben, ist mir egal. Ist egal. Auf Tonic Bina mache ich es. He, Läsig Bina? Ja, verschwunden, du sieg! Legadier, Alter! Musik Bina habe ich gekriegt. So, was kannst du rausgeben? So, 5 Euro, ja. Oh, Moin, Alter. Jetzt habe ich 15 Bina. Legadier, Alter! Legadier! Okay, Feierbina ist nicht schlecht. Ja, schau mal. He, wo nicht? Warte, ich gehe mal jetzt um 15 Euro. Ich glaube, wir sind im Teil. Ich gehe manchmal da drüben. Ich hoffe, dass ich etwas besser bin. Legadier, Alter! Legadier! Legadier, Alter! Legadier, Alter! Komm, andere Bina. Warte mal, schau mal, wie OP sie ist. Warte mal, wie OP sie ist. 1,2,1. Sieg mal OP. Was ich finde, kann ich das schon holen. So? Noch 1 Sekunde! Jetzt! BAM! Wenn er eine Jingle-Belle kriegt. Wenn er eine Jingle-Belle kriegt. Wichtig! 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 Ich höre jetzt. Ja! Ich kann das nicht. Wo kann man 11 Pappen? Wo kann man 11 Pappen? 11 Pappen. Ich will ein Lügen! Ich fasse es nicht. Ich lasse es nicht. Ich lasse es nicht. Ich lasse es nicht. Das ist mir egal. Hallo? Da hat wenig Bina und hat so Piss gehabt. Für die Kamera Equipa. Äh, Equipa. Du musst zum Rucksack da gehen. Bei meinem Invertal, da kannst du hier oben oder so Sachen draufziehen. Aber wenn es rot sind, wenn die Bina rot sind, so. Also wenn ich jetzt... Schau, schau. Kannst du bitte schauen? Burger? Burger, so. Lass die aber roten, darfst du nicht draufziehen. Nur die, die grün auch leuchten. So. Äh, ach. Darum. Was ist das? Ähm, was? Sag nochmal. Die Kappa. Die roten Kappa. Also für die roten Kappa. Du nicht draufziehen. Nur für die grünen. Nur für die grünen. Dann werden sie besser. Wenn du jetzt für die grünen drauf tunst, dann können sie länger aufbleiben. Also dann sind sie unendlich aufbleiben. Ja, wichtig. Jetzt können sie unendlich aufbleiben. Ist egal. Das geht nicht weg. Ähm. Es geht nicht weg. Nein. Jetzt habe ich beheißen. Ja, jetzt habe ich alles ausgegeben. Du, 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 du hast für die OP-Stoff, okay? Für die Beste, die den meisten Damage machen. Ja, ich kann nicht unendlich. Ja, unendlich sind sie nicht. Aber du hast, die bringen unendlich. Ja. Das ist ja wichtig, unendlich. Ich bin schon einig.